Also das hier ist die Distanz. Da drüben steht die Marion. Hier ist der Tunnel. Colin geh mal weg. Colin geh mal weg. Olli! Schauen wir mal auf das Olli. Olli! Und da ist die Olli aus dem Tunnel. Super. Da ist die Koffi. Drehen sie wieder rüber. Jetzt warten wir. Olli! 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 Und da ist wieder das Olli. Gut? Koffi? Nein!